So Nein So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde von unserem Pizzasplief Es ist mal wieder Wochenende das heißt wir werden jetzt mal wieder auf dieser wunderschönen Pizza uns Rollen in der letzten Runde In der letzten Woche Ganz genau und dir neben der Haka natürlich Ja in der... hast du jetzt zweimal draufgetaucht? Ist das dein Ernst? Nö, ja mal Ach du bist auch so ein Tepp ey Toi, jetzt können wir ganz oft warten Was ist wenn ich jetzt eigentlich runterfallen sollte? Naja Hui, was soll das denn? Du schummelt schon direkt... So Ähm, in der letzten Woche hattest du gewonnen, das wird dieses mal nicht passieren Ja, ist recht Muhahaha So, äh, wo bist du denn? Okay Wir haben noch nicht geschafft das Ei abzubauen Ja, das ist aber auch viel zu viel Aufwand Oh, da ist er, ich höre ihn Ja, natürlich Ich schmatze auch immer Ich höre das Bröte Oh, hör doch auf mit dem Norscher, jetzt langsam nervt Das ist kein Norscher Ah ja, bleibt mir egal wie es heißt Wie es A nach H sieht es auch nicht aus Ich hab's wenigstens versucht mit dem Ei Ich hab's wenigstens versucht mit dem Ei Ja, yes Aber es ist immer so, ich gewinn immer die erste Runde Und dann kommst du mit dein... Genau Ich hab's Gefühl, das machst du mit Absicht Oh So Also Ich drück aufs Knöpfchen Genau, drück auf den Knopf So Es hängt Bedeckt Bedeckt So Der Heuschnupfen hält sich Gott sei Dank in Glänzen Drei Zwei Eins Ich hab gewonnen Auf die Pizza, fertig, los So Okay Er ist es wie in Zwiebeln Wo bist du? Ich seh dich nicht mehr Ich seh dich nicht mehr So Du hast mich grad voll verwirrt So Ich glaub ich hab mein... Was sollen das eigentlich... Sollen das ähm... Oliven oder sowas sein? Was denn? Ob das Obsidian wahrscheinlich, ne? Schwarze Oliven, ja Das grüne Paprika Rote Chili Ach, fasst du doch Ich hab dich doch genau gehört Gesehen Du bist so ein Penner Oh ne! Lass den Scheiß doch mal jetzt! Es macht aber Spaß! Nein! Es macht mehr Spaß als zu gewinnen oder zu verlieren, wie auch immer Ich seh halt einfach wieder nix Ne, nicht schon wieder, oder? Nein! Wehe, 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 wehe Nichts! Nein! Oh, ich hatte gehofft, dass ich den... Ah, Mist! Okay, das war ein bisschen riskant Wenn du nix sagst, geh ich davon aus, dass du dieses blöde einfach so abzubauen Dann kann ich dich einfach hier... Ja, ich hatte gehofft, dass du's... Oh, man! Ich war... Ich hätte es fast geschafft So, steht 1-1 Ja, okay, gut Okay, das war ein bisschen... Also ich hab ja noch ein bisschen Zeit, ne Dich hier voll zu nerven Muhahaha Zwei Eins Und los geht's! Du Idiot Du zählt's aber jetzt nicht, wenn ich runterfalle, bevor es ein Video geladen hat Oder? Nein, zählt's nicht! Warst du bei mir eben gerade? Nein Oh, oh! Hast du dich jetzt erwischt? Ne, oder? Ich weiß es nicht Nein! Haha! So! Wie ist das denn passiert? Wie ist das denn passiert? Ich bin die ganze Zeit hinter dir her gelaufen, das ist ja nicht umgedreht So, das steht jetzt... Ich glaube doch, ich war viel zu langsam Du hast mich glaube ich ver... Eine Runde gewinnen und das wird auch garantiert passieren Und dann geht's auch schon... Äh... Dann hab ich auch schon wieder diese komplette... Ah, du's! Der Klopp ist weg! Keine Rücher reinkommen können Der Klopp ist weg! Ich hab... Oh Mann, ich hab nicht mehr so viele Herzen Ja, blöd, ne? Oh nein Wo bist du denn? Du brauchst doch schon wieder so drauf sind ja im Block ab! Das geht mir doch sehr jetzt schon auf Geist! Hm? Ich? Nein! Ich mach Oliven! Mhm, halt die... Ja, als ob du hast Oliven! Genauso wie Fisch und Pilze! Was für jeder weiß, der sich irgendein Display von uns mal angeschaut hat Weil du das immer jemanden in die Nase reiben musst! Na, so oft hab ich das dann auch nicht gesagt, komm! Shit, da springt er weg! Okay, okay, okay! Jetzt seh ich schon so ne Strategie wie da! Ich hab nicht mehr so viele Herzen, wo du auch immer bist! So! Nein! Gewonnen! Schon wieder! Es ist immer dasselbe! Es ist immer dasselbe! Ja, ich würd sagen... Du Idiot! Warte, ich hol' einen neuen! Oh, ey! Okay, ich werde jetzt meine Strategie ändern! Super, das funktioniert wenigstens! Ich hätte mich vielleicht vorher in den Survival-Modus versetzen sollen! Ja, das schafft ihr jetzt noch! Ich muss eigentlich noch schnell da rein! Schau ich das auch noch? Ja, drei! Zwei! Eins! Okay! So, im Endeffekt ist es mir jetzt egal, was passiert, ne? War ja klar! Aber ich kann schon mal für nächstes Mal üben! Du brauchst die Übung ja auch! Ja, ist so! Ich bin halt nicht so viel Fraß! Wo bist du denn da hinten? Wo? Weiß ich nicht! Du musst mich so langsam! Boah! So, komm schon! Das ist so dämlich! Wir sagen halt einfach gar nichts im Moment, ne? Ja, wir sind halt konzentriert! Oh, ich hab gar nichts gesehen! Verdammte Scheiße! Das ist ja blöd, dass ich auch nicht mal sehe, wenn ich hier irgendwo oben bin! Wenn ich dann springe, dann sehe ich ja einfach nicht mehr unter mich! Oh, du nervst! Aha! Tränke! Hm? Wer hat Tränke? Du! Nein! Doch! Nein! Das war Klaas, was kaputt gegangen ist! So! Nein! 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 Ach, Scheiße! Sehr schön! Meine W-Taste geht auch nicht! Ja, ja! Als ob! Jetzt muss er wieder ausreden! Das ist keine Ausrede! Verdammt! Ich hätte sich doch erwischen können! Ich war zu langsam! Oh nein! Weg! Weg! Jetzt reicht es aber! Heute haben wir aber großen Hunger in der Runde, ne? Ja! Ja! Oh, komm schon! Nein! Ja! Okay! Gut! Ich weiß, wie ich jetzt vorzugehen habe! Wie denn? Die ganze Zeit blinden und dann volllagern! Ja, ja, ist okay! Okay! Es steht, wie immer eigentlich, 2 zu 3, wie immer ziemlich knapp! Lokopa ist the winner! Was? Und damit... Steht da unten! Ja, aber nur, nur, ne... So! Genau! Und dann sehen wir uns auch schon morgen wieder! Ganz genau! Tschüss! 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 Tschüss!